Habt ihr euch nicht schon mal gefragt, wie es wäre, wenn man noch mehr lustige Effekte in den Stream einbauen könnte? Zum Beispiel einfach folgendes. Ihr verändert einfach euer Gesicht. Mit ganz einfachen Klicks oder mit Hotkeys. Und da sind dann auch Sachen wie dies hier möglich. Oder wer Bock auf Bananas hat, der kriegt halt hier mal den Banana-Style. Und wer noch nicht genug hat von Bananen, der kann dann auch eine Banane werden. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie genau das funktioniert und was ihr machen müsst, damit ihr auch solche coolen Filter für eure Kamera verwenden könnt. Und zwar jetzt. Was ihr euch nun sicherlich fragen werdet, ist, wie komme ich an diese coolen Effekte für die Kamera ran? Und da machen wir jetzt einfach mal einen kurzen Prozess. Ihr geht auf den Link unten in der Videobeschreibung und dann kommt ihr auf die Website von Snap Camera. Das ist im Endeffekt die Desktop-Kamera-Variante von Snapchat. Und diese könnt ihr hier einfach herunterladen. Das heißt, auf Download gehen und dort werden euch auch nochmal die Systemanforderungen gezeigt. Sind wirklich nicht hoch, also alte Hardware und dann läuft das Ganze auch. Um nun herunterzuladen, müsst ihr hier nicht eure E-Mail-Adresse angeben, ganz wichtig, sondern nur das Häkchen setzen, dann bestätigen, dass ihr kein Roboter seid. Und dann könnt ihr das Ganze für Mac und auch für Windows herunterladen. Habt ihr schon von Owned Pro gehört? Dies ist der Sponsor dieses Videos. Owned Pro ist ein Service, mit dem ihr über ein monatliches Abo zwischen hunderten verschiedenen Designs auswählen und diese mit nur einem Klick installieren könnt. Einfach anmelden, das Plugin für OBS Studio installieren, mit eurem Account verbinden und dann zwischen einer Vielzahl von professionellen Designs auswählen. Ganz neu dabei sind nun auch Alert-Variationen, sodass ihr eure Alerts noch individueller gestalten und auf verschiedene Events mit unterschiedlichen Nachrichten reagieren könnt. Habt ihr Bock? Dann schaut es euch doch einmal an und klickt auf den Link in der Videobeschreibung oder geht auf nilsson1289.tv slash ownedpro. Nach dem Download dann einfach den Installer starten und dort müsst ihr eigentlich nichts beachten. Das heißt, einfach durchklicken, ihr könnt dann noch einen Desktop-Shortcut erstellen, wenn ihr es dann immer starten wollt. Müsst ihr auch, wenn ihr es nutzen wollt. Und dann einfach installieren. Wenn man das erste Mal Snap-Cameras startet, dann muss man eine Kleinigkeit beachten. Das zeige ich euch aber gleich, weil sonst funktioniert die Kamera einfach nicht. Man wundert sich so, hä? Also, einfach Snap-Cameras starten. Im ersten Start könnt ihr dann euch hier durchklicken. Braucht ihr im Endeffekt nicht. Zeige ich euch ja alles. Und hier wird automatisch gleich eine voreingestellte Kamera ausgewählt. Wollt ihr eure Kamera auswählen, beziehungsweise wird hier eine Kamera ausgewählt, die ihr nicht nutzen wollt, geht ihr einfach auf das Zahnrädchen und könnt dann dort eure Kamera auswählen. In meinem Fall möchte ich zum Beispiel die Kamera über meine Capture-Card auswählen. Habt ihr das getan, wählt ihr lediglich noch die Auflösung aus. In meinem Fall zum Beispiel 3840x2160. Und dann schließt ihr das Ganze. Solltet ihr jetzt das Problem haben, dass eure Kamera hier nicht direkt ausgewählt wird, dann müsst ihr folgendes tun. Ihr schließt einmal Snap-Camera. Habt ihr das getan, geht ihr unten rechts in die Task-Leiste. Dort findet ihr dann das Icon von Snap-Camera. Rechtsklick und Quit. Und dann kann es passieren, dass das Programm nicht richtig runterfährt. Das heißt, ihr müsst den Task-Manager öffnen. Und im Task-Manager sucht ihr dann nach der Snap-Camera-Echse. Habt ihr diese hier gefunden, klickt ihr die Snap-Camera-Echse an, klickt auf Task beenden und startet die Snap-Camera-App einfach nochmal neu. Und schon läuft das Ganze auch. Aber was genau könnt ihr mit der App nun machen und wie genau bekommt ihr das Ganze nachher in OBS eingebaut? Das zeige ich euch nun auch. Im Endeffekt gehen wir einmal durch die App durch und dann zeige ich euch die Integration in OBS. In der App selber seht ihr oben erstmal Featured-Effekte. Die könnt ihr einfach anklicken, wenn ihr mal was ausprobieren wollt. Und das Ganze wird hier auch direkt auf die Kamera gelegt. Hier seht ihr zum Beispiel, Hotkey wurde gerade angezeigt. Manche der Filter haben ein Hotkey-Element, mit dem man was ändern kann, manche nicht. Zeige ich euch gleich, wie man das Ganze ein- und ausschalten kann. Wenn ihr das Ganze deaktivieren wollt, klickt ihr wieder drauf und ihr habt eure standardmäßige Kamera. Unten gibt es dann verschiedene Kategorien. Und dort kann man dann auch alles Mögliche auswählen. Zum Beispiel, wenn man hier auf Funny geht, dann kann man zum Beispiel zu einem Maiskolben werden, wenn man Bock drauf hat. Oder zu einer Banane. Es gibt hier auch ganz viele Verzerrungen des Gesichts. Finde ich auch mega. Also, wer mal so den Durchblick haben möchte, ganz klare Sache. Oh Gott. Ihr merkt selber, dort gibt es unglaublich viele verschiedene Effekte. Ihr sucht euch eure Effekte aus, die ihr gerne nutzen wollt und könnt diese dann in eine Art Favoritenliste packen. Zum Beispiel, so ein Favorit kann man dann hier mit diesem gelben Sternchen markieren. Wenn ich auf so einen Stern draufklicke, zum Beispiel Alien, wird das Ganze zu meinen Favoriten hinzugefügt. Die Favoriten könnt ihr hier oben über das gelbe Sternchen öffnen und dort könnt ihr direkt auf die Favoriten zugreifen und diese aktivieren oder deaktivieren. Ihr könnt aber auch Hotkeys vergeben. Das heißt, wenn ihr hier einmal auf diese Lens-Hotkeys geht, dann könnt ihr pro verschiedenen Effekt, den ihr in euren Favoriten habt, einen eigenen Hotkey vergeben. Zum Beispiel einfach reinklicken, Steuerung F7 und beim nächsten dann Steuerung F8 und beim nächsten dann Steuerung F9. Und das Ganze könnt ihr hier speichern. Geht ihr dann zurück und geht aus den Favoriten raus, könnt ihr nun mit euren Hotkeys F7 oder F8 oder F9 direkt eure Effekte triggern. Gehen wir dann einmal in die Einstellungen. Eben habe ich ja gerade gezeigt, es gibt verschiedene Effekte, die ihr drüberlegen könnt. Die sind einfach ein und aus. Es gibt aber auch Effekte, die haben noch einen Zusatzeffekt. Wenn ihr einmal die Einstellungen wechselt, gibt es hier nämlich die Möglichkeit bei Hotkeys Turn Lens On Off. Damit würdet ihr generell einen Effekt ein- und ausschalten, einen Hotkey zu vergeben. Oder Trigger Lens-Effekt. Wenn ihr hier zum Beispiel jetzt Steuerung F10 vergebt, könnt ihr diese Effekte, die bei Filtern mit Hotkey vergeben werden können, triggern. Schauen wir uns das auch nochmal an. Wir gehen mal auf Back und gehen mal in unsere Favoriten und machen mal hier die Bananas an zum Beispiel. Da seht ihr Hotkey. Das heißt, hier kann ich jetzt mit dem Hotkey was triggern. Wenn ich Steuerung F10 drücke, seht ihr, dass meine Brille weggeht. Mit F10 kann ich das Ganze immer wieder rein und raus nehmen. Das heißt, dieser Kamera-Effekt, oh Gott, ich muss das Ganze einmal ganz kurz deaktivieren, hat einen Zusatzeffekt, den ihr dann mit diesem Lens-Effekt triggern könnt. Und das war es eigentlich auch schon. So einfach ist die App. Ihr baut euch einfach die Effekte zusammen, die ihr haben wollt und die App muss laufen. Das heißt, die App minimieren und danach einfach in OBS hüpfen. Und da können wir das Ganze nun einbinden. In OBS angekommen dürft ihr nun nicht eure Webcam oder richtige Systemkamera direkt einbinden, sondern ihr müsst eine virtuelle Kamera von der Snap Camera App verwenden. Das heißt, bei den Quellen auf das Plus gehen, Videoaufnahmegerät, dann nennen wir das Ganze mal Snap Cam. Klicken auf OK. Und in der Auswahlbox wählt ihr nun die Snap Camera aus. Dann einfach auf OK und schon habt ihr eure Snap Camera eingebunden. Die Snap Camera reagiert nun auf Befehle von der App. Das heißt, wenn ich die App dazu hole und in der App etwas trigger, ihr seht das Ganze hier parallel, dann könnte ich zum Beispiel das Ganze manuell mit der Hand machen und ihr seht den Effekt direkt in OBS. Habt ihn somit auch im Stream. Ihr könnt das Ganze aber auch über die Hotkeys machen. Den Effekt finde ich übrigens mega geil. Ihr könnt auch einfach eure Hotkeys, die ihr in der App vergeben habt, das heißt, wenn die App minimiert ist, mit den Hotkeys triggern. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel F7 klicke, kommt der erste, den ich vergeben habe, F8. Wuuuuh! F9. Und F10 mit der Brille. Und so einfach ist das im Endeffekt in OBS einzubauen. Der einzige Nachteil ist, dass man seine Kamera nicht mehr direkt verwendet in OBS, sondern halt erst über Snap Camera geht und von Snap Camera die virtuelle Kamera in OBS einbindet. Und einen Zusatz möchte ich euch noch mit auf den Weg geben. Dadurch, dass das Ganze ja über Hotkeys zusammenbaubar ist, könnt ihr das auf euer Elgato Stream Deck oder auf Touch Portal legen, denn dort könnt ihr ja Hotkeys triggern. Ihr könntet aber theoretisch bei Touch Portal auch auf Kanalpunktebelohnungen reagieren. Das heißt, wenn jemand Kanalpunktebelohnungen einlöst, wird dadurch ein Hotkey auf eurem PC getriggert, der einen Effekt einschaltet. Und nach ein paar Sekunden wird der Hotkey nochmal getriggert von Touch Portal und dann geht der Effekt wieder aus. Das heißt, die Möglichkeit, das Ganze, was wir hier jetzt gebaut haben, sogar mit Kanalpunktebelohnungen zu verknüpfen, ist auch gegeben. Selbst wenn ihr Mixed Up Chatbot verwendet oder wenn ihr einen Streamerbot verwendet, all diese Möglichkeiten habt ihr nun. Ich würde sagen, viel Spaß mit den Kameraeffekten, spielt ein wenig rum, lasst mir doch gerne ein Feedback unter dem Video da und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, ciao!